Was geht ab Leute, herzlich willkommen in einem neuen Video von mir in alter Frische natürlich und heute, heute geht es direkt weiter mit einer neuen Reaktion ich habe gesehen Leute, Himo hat endlich so eine Premiere bei Swiss Beatbox erhalten mit 9 Jahren Alter, es ist einfach viel zu krank ich kann es immer noch nicht glauben mit 9 Jahren einfach schon Shoutout machen zu dürfen bei Swiss Beatbox, ich glaube dass wie so 8 jährige Mädels auch irgendwas gemacht haben von Mad Twins oder so, aber dieser Junge ist ja wirklich der Hammer das haben wir ja gesehen, ich habe ja schon auf ihn reagiert absolut kranke Scheiß was da raus war, wirklich auf gut Deutsch gesagt und tja, jetzt sehen wir ihn in voller Pracht und mit guter Soundqualität wahrscheinlich jetzt auch und ich bin echt gespannt was er jetzt noch angeeignet hat was er Neues zu bieten hat, wo er sich verbessert hat und ich bin wirklich gespannt Leute vielen Dank übrigens an diese Leute, an alle Leute die sich jetzt bei mir beim Discord, beim Server angemeldet haben die hinzugefügt worden sind, nicht hinzugefügt worden sind, sondern sich freiwillig hinzufügen egal, ihr wisst was ich meine, danke an die Leute, an die neuen Mitglieder von Discord, Alter ich habe aber so ein Willen Leute ihr wisst, ich habe Artikulationsdiskrepanzen es ist unfassbar ich kann manchmal nicht babbeln ich weiß nicht, ob YouTube das Richtige für mich ist aber egal übrigens, ich habe gerade 2 Einsendungen bekommen bzw. ich habe insgesamt 2 Einsendungen für die Beatbox Challenge bekommen wenn ihr noch Bock habt, könnt ihr es gerne noch machen könnt ihr auch gerne was einsenden wie gesagt, schaue ich euch das Video an, wo ich das ganze erklärt habe und ja, sehr gerne ihr habt noch 5 Tage Zeit ansonsten würde ich das ganze verlängern damit wir schon wenigstens auf 3 Einsendungen kommen weil sonst würde sich das Video nicht lohnen aber ist ja auch egal wir wollen uns jetzt Himo angucken 9 Jahre alt er ist nicht 10 geworden in der Zeit er ist immer noch 9 Jahre alt absolut krank absolut krank hey guys this is Himo from Syria I am 9 years old and this is a big shout out to Swiss Beatbox er hat übertrieben krassen Flow für so ein Alter abnormal ich glaube es ist sogar besser geworden abnormal aber auf gehts auf raus ich gefühlt die gut wie ich ist was die 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 ich die 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 Oh, no. Digga, was? Digga, was zur Hölle? Was zur fucking Hölle? Ich merke gerade, dass das Mikrofon einfach dahinten steht. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem verstanden. Unvorbereitet. Ey, was zur Hölle? Was zur verkackten Hölle? Ey, es ist unfassbar. Was hat er für einen krassen Flow bekommen? Also ich muss sagen, so wie er im Takt ist und sein ganzer Flow und was auch immer, das ist absolut krank. Es hat einfach eine ganze Struktur jetzt einfach schon, so sein ganzer Beatbox. Und was er macht mit neun Jahren ist wirklich unmenschlich. Just do it. Das ist ein geiler Flow. Just do it. Wow. Wow, Alter, wow. Wow. Ey, ich bin so sprachlos. Neun, neun Jahre alt. Das ist unglaublich. Es ist unfassbar. Es ist unglaublich. Ich glaub's nicht. Ich glaub es ernsthaft nicht, Alter. Wie kann mit neun sowas von gut sein? Wann hat denn der mit Beatbox angefangen? Wisst ihr das? Wann hat denn der mit Beatbox angefangen? Dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Ich hab keine Ahnung. Ist ja unfassbar. Hier hat jemand geschrieben, Himo could potentially be the youngest ever GBB participant. Stell dir mal vor, der kommt ins GBB mit so 10 Jahren oder so. Das wär viel zu krass. Es wär viel zu heftig. Aber Leute, ohne Mist, der hat so ein krankes Potenzial. Also wirklich in 5, 6 Jahren. Ich will es gar nicht wissen, echt. Ich will es nicht wissen, was er in dieser Zeit kann. Nee. Boah. Es ist zu krass. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, mit der keine Videos von mir verpasst. Und natürlich abonnieren, nicht vergessen, falls ihr Bock drauf habt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob dieser Typ menschlich oder unmenschlich ist. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, nachdem ihr dieses Video gesehen habt. Das ist sehr unfassbar. Es ist sehr unglaublich. Leute, ich bin sprachlos. Ich muss, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich muss meditieren oder so. Es ist, ich komme nicht zur Ruhe. Dieser Junge ist Wahnsinn. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht schon nächste Video, wenn es wieder heißt. Nels reagiert auf ein neues Bitworks Video. Bis dann. Bis dann.